Hallo, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Hatten Sie einen Termin? Ja? Okay. Wie ist denn die Name? Ja, genau, ich erinnere mich. Ähm, sollen wir beim Sie bleiben oder beim Du? Was ist Ihnen lieber? Du? Okay. Gut. Dann, ähm, ja, nimm Platz, mach es dir bequem. Möchtest du was trinken? Nein? Okay, gar kein Problem. Ähm, ja, als erstes kannst du mir mal beschreiben, warum du hier bist. Ja. Ja. Okay. Ja, das ist überhaupt kein Problem, also jeder hat ja mal solche Probleme und kennt das und dafür brauchst du dich nicht schämen. Das ist ein wichtiger Schritt, das einzusehen und sich Hilfe zu suchen. Und was mich noch interessieren würde, du bist jetzt hier und was genau möchtest du mit dem Gespräch erreichen? Also, möchtest du einfach noch reden oder... Ja, klar. Genau, du musst alles nur so ausführlich erzählen, wie du es auch möchtest. Gut. Also, dann kannst du ja jetzt gerne mal anfangen, dein Problem zu erklären oder was dich genau bewegt, ja, die Geschichte dahinter. Und was mich da auch interessieren würde, ist, wie sich das Ganze entwickelt hat. Also, ob das immer gleich ist oder ob sich das verschlimmert hat in letzter Zeit. Ja, genau. Okay. Ja. Und das hat sich bis heute quasi weiterentwickelt. Und wie häufig tritt das jetzt auf, dass du darüber nachdenkst, dass das öfters am Tag oder mehrmals in der Woche oder schon sehr oft, also ständig. Hast du da schon mal mit deiner Familie oder mit Freunden drüber geredet oder deinem Partner vielleicht? Und hast du selbst eine Erklärung für den Ursprung? Könntest du dir da irgendwas vorstellen? Ja. Merkt deine Umwelt denn davon, also irgendwie Arbeitskollegen vielleicht oder Familie, Freunde? Ja. Hast du dich denn ganz alleine in Therapie begeben oder hat das noch jemand gesagt, dass du das lieber mal machen sollst? Okay. Gut. Gut. Was denkst du, was denn geschehen müsste, damit das Problem wieder verschwindet? Ja, meinst du? Okay. 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 Ja, das ist völlig normal, dass man ab und zu traurig ist, aber du bist eine sehr liebenswerte Person, wie ich dich kennengelernt habe und ich denke, es liegt nicht an dir. Ja. Ja, ja, das stimmt. Würdest du denn sagen, dass es ein leicht störendes Problem ist oder ein sehr schweres Problem ist oder quasi schon unerträglich ist? Ja, ja, so würdest du es einschätzen. Okay. Gut. Und was hast du bislang dagegen unternommen? Hast du da überhaupt schon etwas getan oder? Ja. Ja. Vielleicht denken wir auch mal darüber nach, dass dahinter ja auch eine Chance stecken könnte, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es eine Chance wäre. Aber was denkst du, also welcher positive Sinn liegt dahinter? Hast du da vielleicht eine Vermutung oder irgendwas? Was denkst du? Ja? Hust du, Hust du, ja. Okay, wenn du sonst Probleme hast, wer unterstützt dich dann dabei? Also sind es deine Freunde oder deine Familie oder dein Partner? Hast du da vielleicht sogar eine bestimmte Person, die du benennen kannst, die immer zur Seite steht? Okay, deine Freundin. Ja, und was macht sie dann, also wenn du ein Problem hast, wie genau hilft sie dir? Ja, solche Leute sind sehr wertvoll. Also sie klingt auf jeden Fall sehr, sehr lieb und hilfsbereit. Das ist schön, dass du sie hast. Jetzt gehen wir mit der Zeit mal ein bisschen zurück. Und ich würde gerne von dir wissen, wie du so deinen Gesundheitszustand in der Kindheit beschreiben würdest. Ja. Also du warst ein sehr fröhliches Kind. Ja. 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 Ja, viel an der frischen Luft. Das ist schön. Und hat sich damit dann etwas geändert, als du erwachsener wurdest, beziehungsweise Jugendlicher warst? Ja. Ja. Okay. Und wann hat das in der Schule angefangen? Ja. Ja. Hattest du denn dort spezielle Interessen oder Hobbys? Ja. 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 Ja, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Okay. Ähm. Hattest du denn auch spezielle, also warst du im Verein Mitglied und womöglich in einem Teamsport tätig und warst da mit anderen Leuten? Ja. Ja. Okay. Gut. Haben denn deine Eltern eine spezielle Schullaufbahn für dich vorgesehen? Es gibt ja so Eltern, die ihren Kindern sagen, du musst unbedingt das und das werden. War das bei dir auch der Fall oder eher nicht so? Ja. Ja. Okay. Und was hast du dann studiert? Ja. Okay. Ja. Okay. 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 Ähm. Ähm. Mit wem besprichst du denn so persönlich? Persönliche Dinge sonst am meisten? Schon eher mit Freunden? Ja. Und bist du eher ein Mensch, der schnell Freundschaften schließt oder dauert das seine Zeit bei dir und du musst die Person erst richtig kennenlernen? Ja. Mhm. Mhm. Hast du denn viele Freunde? Oder? Ja, sehr wenige, aber dafür sehr gute. Mhm. Gab es denn mal ein einschneidendes Erlebnis, wodurch quasi eine Freundschaft zu Brüche gegangen ist und wo du vielleicht sehr verletzt wurdest? Ja. Okay, das kann man dann verstehen. Ja. Ja. Okay, das kann man dann verstehen. Okay, das natier ich mir nochmal. Okay. Ja. Okay. Gut. Das ist auch sehr wichtig. Also solche Ereignisse prägen einen ja, wenn man von Freunden enttäuscht wurde. Dann ist man ja immer mal ein bisschen vorsichtiger. Ähm. Das ist auf jeden Fall völlig normal. Und ähm, ja. Welche Verhaltensweisen würdest du denn gerne lernen, wenn du könntest? Also du kannst dir ja vielleicht erstmal aufzählen, was du vielleicht nicht so gut findest. Wie du ja schon gesagt hast, bist du ja vielleicht manchmal zu hilfsbereit und die Leute nutzen wie sieht das dann aus? Also würdest du das dann vielleicht ändern, wenn du könntest? Oder was gibt es dann noch? Ja. Ja. Okay. Ja. 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 Hast du denn, ähm. Hast du denn, ähm, beziehungsweise würdest du denn denken, dass deine Freunde das auch sagen würden? Dass du vielleicht zu hilfsbereit bist? Oder was denkst du, was sie sagen würden? Ja. Okay. Okay. Gut, dann kommen wir nochmal zu der Familie zurück. Hast du denn Geschwister? Ja. Ah, okay. Und wie bist du mit denen immer so klar gekommen? Also waren die jünger als du oder älter? Okay. Ja, auch hier würde ich sagen, dass das völlig normal ist, dass man sich unter Geschwistern mal streitet. Und ja, dass das wie gesagt völlig natürlich ist. Würdest du denn sagen, dass deine Geschwister eine spezielle Verhaltensweise haben, die dich störe? Also jetzt noch störe? Ja. Und kannst du ihnen vertrauen? Achso, würdest du ihnen was anvertrauen? Ja. Ja, okay. Gut. Würdest du denn sagen, dass du von Menschen oder von Freunden, Eltern geliebt wirst? Oder wie denkst du darüber? Ja. Okay. Und der bedeutendste Mensch in deinem Leben ist? Okay. Ja. Würdest du denn nach unserem Gespräch den anderen davon erzählen? Oder würdest du es für dich behalten? Ja. Na klar. Ja. Also dein Gesamtbefinden würdest du, wie würdest du das einschätzen, äh einschätzen zwischen sehr schlecht und sehr gut? Ja, okay. Bist du denn ein Mensch, der gerne Lob und Anerkennung bekommt? Und ist dir das am liebsten bei der Arbeit oder auch privat oder... Ja. Ja. Ja, klar. Okay. Ähm, hast du denn irgendwie so, äh, bestimmte Sachen, die du für richtig hältst? Also bist du so, nach dem Motto, erst die Arbeit und dann das Vergnügen oder machst du eher alles, was dir Spaß macht, oder? Ja. Und jetzt drehen wir das Ganze quasi ein bisschen um. Und zwar, denkst du, dass du schon mal Leute mit Worten verletzt hast oder durch Taten, wenn du darüber reden möchtest? Ja. Ja. Ja, na klar. Hast du dich da denn schuldig gefühlt? Ja, das ist ja die Hauptsache da. Also. Okay, gut. Wir haben es für heute auch erstmal geschafft. Ich hoffe, das Gespräch hat dir einigermaßen geholfen. Und, ähm, ja, wenn du nochmal wiederkommen möchtest und reden möchtest, dann mach das sehr gerne. Ja. Ich denke, solche Gespräche helfen ja immer ganz gut. Und, ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und lass dich nicht unterkriegen, ja. Okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss.